Hallo und herzlich willkommen zum Market Briefen von TheReadingPortal.net. Die Wall Street befindet sich weiter im Wonderland. Es kann nichts passieren. Regionalbanken, egal. Zinswende verschoben, egal. Alles wird schon gut. Jetzt geht es nur noch nach oben, vor allen Dingen nur noch die großen Tech-Konzerne, die auch immer weniger werden, aber die schaffen das am Ende schon mit der Breite. Wir haben jetzt eine Auffälligkeit, die haben wir zuletzt 1929 gesehen. Kein gutes Börsenjahr. Was das für eine Auffälligkeit ist, das schauen wir uns gleich hier im Market Briefing an. Wir schauen auf den gestrigen Handelstag, der wieder Differenzen hat. Und wir schauen natürlich auch auf den heutigen Handelstag und am Ende auch noch etwas auf den DAX, der der große Underperformer ist und sich weiter abmüht. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Komm mit in meine Trader-Community und verpassen nichts mehr an den Märkten. Meine Trading-Setups im Detail. Mit meinem Signal-Screener keine Signale mehr verpassen. Inklusive Live-Shats mit Research und Chart-Analysen. Und noch vieles mehr zu einem unglaublichen Preis. Klicke den ersten Link in der Videobeschreibung für weitere Informationen. Vielleicht sehen wir uns bald in meiner Trader-Community. Das Spiegelchen-Bäumchen wechselt dich, geht munter weiter. Weiter vorgestern, da waren die Nebenwerte der Outperformer. DAX der Outperformer und Tech die Underperformer. Gestern war alles mal wieder umgekehrt. Hatten wir aber schon ein bisschen zum Short-Check gesagt, dass es gut sein kann, dass er Dow Jones jetzt gar nicht so viel holen kann. Und er wieder Tech dominieren wird. Und zwar gestern natürlich wieder ganz ähnlich. Der DAX hat im Minus geschlossen. Die Nebenwerte haben im Minus geschlossen. Der Dau so mittendrin. Und Outperformer war natürlich Nasdaq. Und wieder der S&P 500. Also hin und her wird hier geschoben. Hauptsache es geht noch ein Stückchen weiter nach oben. Auf Wochensicht haben wir jetzt die Performance der DAX auf 1 stand. Der steht wieder unverändert da. Schauen wir auch gleich im Wochenschort mal an. Der S&P 500 und der nächste knapp 0,7% Wochenperformance. Der Dauer ebenso ähnlich wie der DAX. Ganz leicht nur im Plus nahezu unverändert. Kurzer Blick auf China. Da kann man hier jeden Tag, so jeden zweiten Tag, irgendein Stimulusmaß. Da greift nur noch massiv in den Markt hinein. Da sehen wir immer mal wieder eine Rallye von knapp 5% am Tag. Also eine ordentliche Volatilität. Hier mal gegenübergestellt für die letzten 10 Jahren. Jeder rote Punkt ist eine so Tagesrallye von 5%, die wir doch regelmäßig hatten. Und da hatten wir in der Mehrheit hatten wir diese in diesem Abwärtstrend von knapp 70% ging es nach unten. Die meisten 5% Tagesrallye hatten wir genau in dieser Zeit. Ja, also wirklich nachhaltig ist das momentan nicht. Was man in China sieht, ist einfach auch ein Vertrauensverlust, politischer Vertrauensverlust. Und ja, da fließt halt dann nur ungern wieder neues Kapital hinein. Aber die Stützungsmaßnahmen gehen weiter. Momentan nicht wirklich nachhaltig. Kurzer Blick zu China gewesen. Dann haben wir die Regionalpakt weiter im Fokus, zumindest im Fokus für die Finanzpresse, für den breiten Markt noch nicht wirklich relevant. Die New York Community Bank wurde gestern mehrfach vom Handel ausgesetzt, aufgrund hoher Volatilität, ja, innerhalb von weniger Tage über 60% verloren. Aber auch der Regionalbandenindex, minus 12% in wenigen Tagen nach unten. Ganz im Gegensatz zum S&P 500, der natürlich schon nach oben tendiert. Der ist dann mehr Verschlagsein von der New York Community Bank Corp. Aber Beruhigungsschlagsein. Und man versucht immer weiter Beruhigungspillen zu verteilen. Das ist natürlich aber auch gefährlich. Wenn man sich irgendwie gezwungen sieht, auf bestimmte Spekulationen zu reagieren, dann könnte man ja die Spekulationen unterstreichen, dass da vielleicht was dran ist. Also ein Spagat ist das. Gestern ist man wieder von sehr minus, von sehr großem Abverkauf leicht ins Plus gedreht. Aber mal gucken, wie nachhaltig das ist. Wir hatten auch die Abstufen von Moody's auf Junk. Damit dürfte auch die Liquiditätsbeschaffung an den Kapitalmärkten deutlich erschwert werden. Mittlerweile haben ja auch das Thema Regionalbanken bzw. faule Kredite aus dem gewerblichen Immobilienbereich der USA. Schlägt auch hohe Wellen mittlerweile nach Deutschland. Deutsche Fundbriefbank unter Druck. Auch nach Japan eine Bank unter Druck. Also es knirscht hier schon etwas. Wer ist die New York Community Bank Corp.? Das ist natürlich eine kleine Bank. Das ist die 35, oder war, muss man ja mittlerweile sagen, 35 größte US-Bank. Aber das ist ähnlich wie bei der Regionalbankenkrise. Da kommt mal Misstrauen hinein, kleiner Vertrauensverlust. Da kommt die nächste Bank ins Banken, dann die zweite, die dritte, die vierte. Und wenn es fünf sind, dann ist es dann auch schon wie eine große Bank. Also man möchte doch lieber gerne Ruhe in diesem Sektor haben. Und nicht, dass da noch ein Flächenbrand entsteht. Wenn wir die nächstgrößeren Regionalbanken hier sehen, sind eigentlich alle unter Druck. Natürlich die New York Community Bank Corp. Die hat fast 60% verloren, allein im Februar, die erste Woche. Der Rest zieht aber auch ganz schön hinterher. Also das sind schon heftige Verluste. Noch hält sich das die Waage. Noch sagt man, ist doch egal, was dort passiert. Das ist natürlich ein gefährliches Spiel, weil man eben doch sieht, dass dieser Faktor der Anstieg der Anleiherenditen, den wir wieder sehen, der viel zu hohe. Oder die dunkelroten Anleiheportfolien, die die Banken haben, wo sie diese einfach nicht antasten können zur Liquiditätsbeschaffung. Und dann der Punkt, auch noch faule Kredite aus dem gewerblichen Immobilienbereich der USA. Also da ist es einfach, schlägt schon was im Argen. Und man hofft, dass man da irgendwie durchkommt. Der breite Markt, wie gesagt, ist ja sehr ignorant unterwegs. War man übrigens im März letzten Jahres auch, als die ersten Bank. Ach, was ist das für den Silicon Valley Bank? Ach, das ist doch ganz klein. Ist nicht so wichtig. Bis dann die nächste ins Wanken kommt, ist dann die übernächste. Und dann wurzt dann doch plötzlich ein Thema. Also ganz, ganz schmaler Pfad, wo man hier geht, wo man lang geht auf Richtungsvertrauensverlust. Einmal zu hoch oder nicht zu hoch. Hier schauen wir mal die Kreditvergabestandards an für die Großbanken. Es ist in der Tat eine Regionalbank. Den Großbanken, denen geht es gut. Die profitieren teilweise eben auch davon, dass die Regionalbanken konsolidieren, vielleicht auch zusammengelegt werden müssen. Die Kreditvergabestandards bei den Regionalbanken, komplett gestraft. Bei den Großbanken, da zieht das wieder an. Wäre eher so ein Punkt für die Konjunktur. Sie kommt zurück. Aber ein komplett zweigeteiltes Bild. Die Regionalbanken müssen einfach ihre Liquidität zusammenhalten. Die fehlt. Und das Hilfsprogramm der FED läuft in genau einem Monat aus. Mal gucken, wie es danach weitergehen soll. Was haben wir noch? Wir schauen auf den breiten Markt. Der ist ignorant unterwegs. Der S&P 500 hat gestern fast, ich glaube, es hat ein halber Punkt gefehlt. Wahrscheinlich 5.000 geholt. Hier ist der Wochenschort für den S&P 500. Wir sind auf dem Kurs 14 Gewinnwochen in Folge. Eine rote war mal dabei. Nie mehr zurück. Es gibt keine roten Wochenkerzen mehr. Die werden jetzt einfach offiziell gestrichen. Die darf es nicht mehr geben. Aber mal gucken. Wir haben jetzt noch zwei Tage. Vielleicht geben wir die Wochengewinn ja doch noch wieder ab. Das wird sich zeigen. Auch noch der Freitag dazwischen. Also der Happy Friday, der ja gerne fester geprägt ist. Momentan sind wir zumindest im breiten Markt auf Kurs. 14. Gewinnwoche in Folge. Alles ist doch bestens. Die Big 7, die hochmarktkapitalisierten eigentlich. Die Big 7 fasst ja auch nicht. Eigentlich sind es nur noch vier. Also erst hieß es, kaufe Aktien. Das habe ich gestern schon geteilt. Kaufe Fang Plus. Also die hochmarktkapitalisierten mit noch Netflix und so mit rein. Und dann wurde es nur noch Fang. Und dann wurde es nur noch die Big 7. Dann wurden es nur noch die Big 4. Es werden immer weniger, die jetzt letztendlich die Performance nach oben pushen. Aber die hochmarktkapitalisierten Tech-Konzerne, die treiben es weiter nach oben. Neues Allzeithoch gestern geholt. 13,5% seit dem Januar tief. Also auch eine ordentliche Performance, die man hinlegt. Und wer ist da dabei? NVIDIA hat gestern die 700-Dollar-Marke geknackt. NVIDIA hat nun fast 50% seit Anfang Januar zugelegt. Und man stand ja schon relativ weit oben. 50% seit Anfang Januar. Das möchten einige gerne in zehn Jahren als Performance haben. Und fast 80% seit der November-Rallye. Ja, ein bisschen heiß gelaufen, könnte man meinen. Die werden vermutlich super Earnings. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Die werden vermutlich super Quartalsberichte zeigen. Aber dieser Anstieg, der steht trotzdem mittlerweile in keiner Relation. Das ist das Hochgepusche von wenigen Tech-Titeln. Ich war ja auch hier im November, war ich ja auch der Meinung, wir könnten bis 600 schießen. Noch mal weiter was draus packen. Und die Zahlen, auch vor allem der Ausblick, der ist ja schon Bombe. Also man verdient ja Geld. Das ist der große Unterschied zur Dotcom-Bubble. Habe ich auch schon mehrfach gesagt. Wo viele Fantasieschlösser aufgebaut wurden von ekligen IPOs, die niemals irgendwie Gewinne erwirtschaften konnten. Die verdienen Geld. Aber trotzdem ist man verdammt saftig mittlerweile bewertet. Auch durch das passive Investieren. Immer mehr in die Hochmarktkapitalisierten hinein. Mal gucken, wie das weitergehen kann. Die Marktbreite, die bleibt natürlich damit auf der Strecke. Wenn immer weniger Großtitel den Markt mitziehen, bleibt die Marktbreite auf der Strecke. Wer hat gestern auch schon geteilt, weniger als 40% der Werte im S&P 500 stehen über ihren 10-Tages-Durchschnitt. Weniger als 60% stehen über ihren 50-Tages-Durchschnitt. Weniger als 70% stehen über ihren 200-Tage-Durchschnitt. Das ist die Marktbreite. Hier ist der S&P 500. Und diese Differenz, die gab es bisher nur einmal in den letzten 100 Jahren. Und das war, ja, das war das gute Jahr im August 1929. 1929, ja, das war, da gab es den ganz großen Knall damals. Ja, es gibt immer, nicht jede Korrelation muss da passen. Aber es ist eben auffällig, was wir die ganze Zeit schon besprechen, dass eben der Tech-Sektor treibt und dort eben ganz wenige Terrasse. Wir müssen die ganze Zeit eigentlich besprechen. Und das hat man so schon mal gesehen. Das letzte Mal, dass eben der Tech-Bereich so outperformt. Was so dort kommen, Babel, damals gab es auch eine große Anpassung. Es ist nicht jeder, jeder Vergleich passt. Wie eben schon gesagt haben, weil es die wenigen Tech-Konzerne durchaus Geld verdienen. Cash erwirtschaften, aber, hm, naja. Also gesund ist diese Bewegung wahrlich nicht mehr. Auch hier nochmal zu sehen, der S&P 500 Blau. Und hier die Werte im S&P 500, die über ihrer 50-Tages-Linie notieren. Die sind fallend unter 60%, wie eben schon gezeigt. Eigentlich kein gutes Zeichen, wenn die Marktbreite so auf der Strecke bleibt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber gut ist es nicht. Der S&P 500, schauen wir kurz drauf auf die Jahresendziele. Ja, mit knapp 5.000 stehen wir jetzt schon deutlich über das Jahresendziel der Analystenhäuser. Im Durchschnitt bei 4.860 Punkte sollte der S&P 500 Ende des Jahres stehen. Kann er ja immer noch. Heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch nach oben laufen. Vielleicht laufen wir ja wieder zurück. Dann stehen wir dort aber momentan, stehen wir knapp 3% über den durchschnittlichen Jahresendziel für 2024. Ja, ist doch super. Da können wir ja zumachen. Eigentlich haben wir das ja schon, das Jahresendziel haben wir im Januar schon erreicht. Aber mal gucken, ob es jetzt munter so weitergeht. Keine Verlustwochen mehr erlaubt. Oder ob man dann vielleicht doch zurück seitwärts laufen und dann das Jahresendziel vielleicht doch erreichen und sogar unterschreiten. Das heißt ja wirklich noch nicht viel. Aber momentan haben wir schon ein hohes Niveau wieder erreicht. Und auch die Korrelation zum Anleihenmarkt ist wieder gigantisch. Gestern sind Anleihenredditen auch ein Rebound gesehen. Wir hatten mehrere restriktive Kommentare von einigen US-Notenbankern. Ja, vielleicht zwei Zinssenkungen oder drei Zinssenkungen. Der Markt lässt gar nicht mehr hören. Zwei Zinssenkungen, da stehen wir im Zinsband knapp unter 5%. Das ist immer nicht in einer lockeren Geldpolitik. Ob das so kommt, ich glaube, vermutlich wird irgendwo im Regionalbankenbereich wieder was ausbrechen und dann kommt die Zinssenkung ganz schnell. Vielleicht ist das auch die Spekulation der Märkte. Unterschwellig, lass doch die Regionalbankenkrise kommen. Das passt doch super. Bisschen Risiko. Aber dann kommt wenigstens die Zinswende. Das ist das Allerwichtigste für uns. Das kann natürlich ein bisschen der Gedanke dahinter sein. Die Anleihenmärkte preisen mittlerweile die frühen Zinswende aus bzw. auch viel weniger Zinsschritte auf der Unterseite ein. Und der Aktienmarkt, der ignoriert das. Das letzte Mal war diese Korrelation so groß, bevor wir dann in die Korrektur gelaufen sind zur schwachen Saisonalität im Sommer letzten Jahres. Damals ging es für den Nasdaq um knapp 12% nach unten. Aber diese Dimension kann man eben weiter ausdehnen. Das ist nochmal der S&P 500 im Stundenschart, so wie wir es gestern hier im Shortcheck angeschaut haben. Da hatte ich schon gesagt, der Impuls hier von Februar zwischenkonsolidiert im Wochenverlauf. Da kommt bestimmt nochmal die 5000 nach. Die haben wir jetzt fast erreicht. Aber auch hier eigentlich die Bewegung von Anfang Januar ist ja auch in einem Fünfweller drin. Jetzt sieht auch der letzte Zweig, haben wir gestern alles im Shortcheck besprochen, sieht jetzt eigentlich auch wunderbar aus, dass man den abschließen könnte an der 5000. Und dann mal gucken, ob große Abgabedruck aufkommt oder wieder nur eine Konsolidierung, um dann diese Bewegung direkt weiter fortzusetzen. Aber zumindest dieser Fünfweller sieht jetzt besser aus als vor zwei Tagen, dass man diesen in der Tat abschließen könnte an der 5000. Schauen wir vielleicht heute Mittag nochmal drauf. Mal gucken, ob ich die Zeit finde. Ansonsten haben wir das gestern auch im Video schon besprochen. Ansonsten, was wir auch noch haben, wir sind ja eigentlich im zweitschwächsten Monat des Jahres, der Februar neben September, vor allem auf Wahljahr. Da wir sind ja im Wahljahr drin, ist der Februar gerne schwach. Was sehen wir aktuell für eine Februar-Performance? Der S&P 500 über 3% im Plus, der Nasdaq 3,5% im Plus. Und der Februar, der hat die erste Woche weg. Wir holen die 10% noch locker. Geht ja nur steil nach oben. Also momentan ist er eher der stärkste Monat als der schwächste Monat. Wobei man es gucken muss, beim DAX 0,1%. Der macht wieder gar nicht mit. Der ist halt widerwillig. Okay, wenn ihr Performance hört, da halte ich mich dran. Aber so richtig mache ich nicht mit. Aber der Februar momentan, zweitschwächster Monat, momentan vor allem im Tech-Bereich viel zu stark. Aber auch hier, bitte nochmal gesehen, Hier sehen wir, für zwei Wochen, zwei Wochen Performance. Die erste Februar-Woche gehört mit, also die ersten Februar-Hälfte, also die ersten zwei Wochen im Februar, gehören mit zu den stärksten Wochen des Jahres. Und die zwei, letzten zwei Wochen im Februar, sind die schwächste Phase im Jahr, ist das. Also die schwächsten zwei Wochen im Jahr, die man haben kann. Also Februar extrem zweigeteilt, wo besonders die zweite Monatshälfte sehr schwach ist, beziehungsweise auch die schwächsten zwei Monate des Jahres darstellt. Ja, es ist ein Mittel von seit 100 Jahren und kann natürlich komplett anders sein. Es gibt die statistischen Ausreise, auch vielleicht auch nicht. Und geht diese Statistik wieder auf, gut in den Februar hinein, in der Mitte, in der Top-Phase und dann eine Schwächetendenz in dem Februar. Dann müsste eigentlich jetzt so langsam eine Schwächeperiode aufkommen. Passt vielleicht eben zu dem gezeigten Bild, dem S&P 500 im Stunden-Short, wo der 5. Welle von Anfang Januar fast fertig ist. Termine heute, ja, es wurden die Inflationsdaten aus China gemeldet, dort eher deflationärer Druck. Ansonsten steht wenig an. Wieder die ersten Träger, aber das ist wirklich aus der zweiten Reihe. Es ist nicht viel auf dem Terminplan. Wir könnten dementsprechend wieder Richtung Regionalbanken schauen und mal schauen, ob vielleicht irgendwo dort eine Sorge zu viel aufkommen könnte, welche die Märkte dann mal weckt. Denn momentan ist man sehr im ignoranten Modus unterwegs. Ganz kurz noch zum DAX. Der eröffnet auch gleich hier nochmal die Differenz, die wir haben seit 2022. Die ist nicht herausgenommen. Im Gegenteil, sie wurde sogar noch verstärkt. Mit dem RSI und MACD in Trendfolger. Immer wieder gesehen, hier 2022 hatten wir auch so eine Top-Phase. Neues Allzeithoch. Der RSI hat es gar nicht bestätigt. Oder auch hier, was war das? Das war die schwache Saisonalität. In den Sommermonaten. Habe auch nochmal ein knappes Allzeithoch, nochmal ein ganz knappes Allzeithoch geholt. Der RSI hat es auch nicht mehr bestätigt. Danach ging es ordentlich nach unten. Und jetzt die aktuelle Phase, hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt, sogar noch stärker die Differenz. Also Differenzen sind Auffälligkeiten, sind nicht unbedingt das Umkehrsignal. Sind so ein Puzzleteil, ist das dann in der Gemengelage. Und hier ist die Differenz einfach gigantisch. Ob nun beim MACD, der möchte hier sogar schon wieder kreuzen. oder eben auch beim RSI. Der hat das neue Allzeithoch, was wir vorgestern erreicht haben, so gar nicht bestätigen. Und gestern haben wir es ja auch wieder nicht aufgekauft. Also der ruft hier eigentlich, oh, nee, du, ich laufe ja mit mit den Amis. Ich laufe mit. Aber da steht ja auf dem Niveau von, Mitte Dezember steht der DAX auf dem Niveau. Und die US-Indizes haben da viele Allzeithochs geholt. Er läuft, er wird gehalten durch die Wall Street letztendlich. Aber er hätte eigentlich Bock drauf, ja, macht, lass mich doch mal Ruhe. Ich möchte hier mal rein. Lass mich mal Richtung 16.000. Und dieses Szenario bleibt für mich weiter wahrscheinlich. Das war der wahrscheinliche Weg, dass die Mini-Allzeithochs, die wir hier holen, nicht nachhaltig sind. Und wenn die Wall Street mal ein bisschen hustet, dann legt sich der DAX vermutlich dann ganz schlafen. Es wäre kein dramatisches Bild. Es geht ja nicht um dramatische Bilder. Wir haben ja immer noch diesen Ast, den wir hier haben. Und könnten hier einfach in eine größere Konsolidierung übergehen, was dann letztendlich wieder nur eine Konsolidierung wäre. Und die man dann wieder in Trendrichtung auflösen kann. Und es sei denn, wir haben hier mal richtigen Abverkauf bei Regionalbankenkrise oder sonst was, die mit Auswirkungen bis in Europa, wir haben mal sowas hier drin. Ja, dann haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber das sehen wir dann an. Ja, das schauen wir uns dann an. Kurzer Blick zum Wochenschart. Was soll ich denn sagen? Die Wochenkerze sieht genauso aus wie die letzte Wochenkerze. Der DAX, der bastelt hier bloß Doji um Doji heraus. Der steht ja genau wieder auf Wocheneinstand. Hat aber den Wochensupport an der 16.850 verteidigt. Dort ein neues Allzeithochgold. Bewegt sich letztendlich genau im ersten Wochencluster. Hier um 17.050, 17.080 hatten wir ja schon leicht tangiert. Und dort drinnen bewegen wir uns. Kommen wir rüber, sehen wir Dynamik über die 17.1, dann hält sich das Bild beim DAX auf. 17.250, 17.4 wären dann denkbar. Dann hat er plötzlich Dynamik. Unterhalb der 8.50 hingegen könnten wir Abgabedruck haben in dem Bereich 57.680 als nächste Zone. Und da runter, ja, vielleicht kommt dann doch mal etwas mehr Abgabedruck Richtung 16.000 auf. Aber momentan erste Wochen Support verteidigt, aber auf der Oberseite eben auch nichts geholt. Obwohl die Wall Street weiter gepusht hat. Gestrige Wochenkerze innerhalb der vor, äh, gestrige Tageskerze. Hier im Tag geschaut, innerhalb der Vortageskerze hineingekommen. Nicht aufgegriffen, das neue All-Zertuch, obwohl die Wall Street gepusht hat, ne? Die Amis haben ja gepusht, ordentlich gepusht. Der DAX ein Minus geschlossen. Heute wird man wieder vermutlich am Zipfel der Amis hängen. Die 9.50, erste Bereich, die wir haben, kommen wir, oder kommen wir rüber, könnten wir die Ranger 17.000 halten. Dort wieder die Chance 17.050, die wir hätten, kommen wir dort rüber. Weitere Auffällung 17.070 zu 17.001. Aber vermutlich mühen wir uns hier weiter. Und unterhalb der 57 wäre, äh, unterhalb der 16.950. Jetzt haben wir auch gleich Eröffnung, sehen wir gleich die erste Kerze, die reinkommt wird. Unterhalb hätten wir die Range weiter, erst mal zur 910. Und dort wird der Türöffner wieder gegeben in dem Bereich des Wochensupports über die 8.80 zur 8.50. Dann wäre die Tür dann wieder offen. Wenn wir dort durchbrechen, erstes kleines Warnsignal, dann geht es über die 8.20 zur 800. Weitere Abgaben werden dann wahrscheinlich. Also 9.50 erst mal umkämpft. Vermutlich innerhalb der Vortageskerze kommen wir wieder hinein. Der DAX ist momentan einfach nicht sonderlich spannend. Kurz mal im Stundenschart hinein. Dieser Trendkanal hatte ich gestern schon gezeigt, da sind wir ja vorgestern oben angekommen. Könnten wir noch mal durchlaufen? Ja, durchlaufen wir gerade. Wir haben die 8.80 als Unterkante. Könnte heute angelaufen werden. Ist letztendlich auch der Support 8.80, 8.50, ne, den wir eben auch gesehen haben. Auch beim Wochensupport. Trechen wir dort durch. Erst mal die Einladung. Weitere 100 Punkte. Vielleicht dann auch Richtung 700. Und dann mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Impuls setzen und die Konsolidierung in der Tat beginnen kann. Dann aktuell Trendkanal hier weiter aktiv. Der ist seit 23.01. aktiv. Und 8.80, die Unterseite. Halt mal die Spanne. Ja, dann halten wir auch die Range, die Wochenrange mit 17.050, 17.080. Vielleicht der Happy Friday. Das ist ein Dorner mal abtrennen. Die Sache hier durchlaufen. Also dieser Bereich 8.50, 8.80 bleibt weiter im Blickpunkt. Das soll es gewesen sein. Das Video soll nicht ganz zu lang werden. Ist auch nicht ganz zu lang. Mal gucken, ob wir noch den Shortcheck für die US-Indizes bringen. Eigentlich die gesagten Worte von gestern. Haben dann noch Bestand. Könnt ihr euch gerne anschauen auf meinem Kanal. Wir haben Abschlusswellen, Abschlussbewegung. Vor allem S&P 500, Nasdaq. Ja, das ist gerade die Bewegung. Nur der untergeordnete Impuls vom Januar, der ist eigentlich in seiner Abschlusswelle drin. Die kann natürlich immer ein Stückchen weitergezogen werden. Aber mit dem Bild gestern sieht das schon aus, dass man hier jetzt zumindest mal probieren könnte, einen Haken zu setzen. Und vielleicht sehen wir ja doch schon eine Eintrübung in den Wochenabschluss hinein bezüglich der schwachen Saisonalität. Richtung Mitte Februar topisch. Und dann schwache zwei Wochen. Kommt es wieder so, wie so häufig gesehen in den letzten 100 Jahren. Wir werden es hier sehen auf diesem Kanal oder auf tradingportal.net. Kommt erstmal gut in den Handelstag. Bis bald. Macht's gut und ciao. Tschüss.